Ich bin aufgebrochen, um Dinge zu sehen und Menschen zu erleben und Gegenden zu erleben, die mich so fassungslos machen. Wenn es mal richtig schwierig ist, dann sprechen wir uns Mut zu. Wir machen diese Reise wirklich gemeinsam, die Honda und ich. Das ist der schlimmste Tag, den man hätte für eine Passüberquerung nutzen können. Ich stürze da ständig wieder. Ich rutsche einfach weg in der Rille. Alter Schwede! Ich bin ja nicht losgefahren, um mir zu beweisen, dass ich ohne fremde Unterstützung irgendwas schaffe, sondern ich bin vielleicht auch losgefahren, um zu spüren, dass die Welt in Ordnung ist und dass die Menschen gut sind. Wir sind bis China gekommen. Juhu! Der Aufbruch ist das Schwierigste. Das Unterwegssein ist leicht und schön. Der Aufbruch ist das Schwierigste. Ich bin nur da, ich bin nur da. Untertitelung des ZDF, 2020